Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, ich mache weiter mit meinem Rückblick auf das Jahr 2020 und bin jetzt beim Verlag mit dem Anfangsbuchstaben F wie Feuerland. Auch beim Verlag Feuerland war es in 2020 so, dass wir das ein oder andere ältere Spiel in die Sammlung aufgenommen haben. Und ich beginne mit dem Spiel zwischen zwei Schlössern für drei bis sieben Spieler, Mitspieler ab zehn Jahren, wobei es hier auch eine Zwei-Personen-Variante gibt. In dem Spiel zwischen zwei Schlössern werden Raumplättchen gezogen und ausgespielt. Das Besondere ist, dass die Mitspieler sowohl links als auch rechts neben sich an dem Aufbau von zwei Schlössern mitspielen, sodass man sich also auch mit dem linken und rechten Nachbarn etwas absprechen kann, weil am Ende des Spiels werden die Schlösser gewertet. Aber nur das Schloss mit der niedrigsten Punktzahl von den beiden kommt dann in die Wertung. Zwischen zwei Schlössern für drei bis sieben Mitspielern, allerdings hier auch mit einer Zwei-Personen-Variante ab zehn Jahren. Dann haben wir Anfang 2020 die Europa-Erweiterung vom Flügelschlag geholt. Zu dem Spiel Flügelschlag brauche ich auch nichts mehr näher zu sagen. Flügelschlag war ja Kennerspiel des Jahres 2019 und hier in der Europa-Erweiterung. Das nächste Spiel haben wir auch Anfang 2020 geholt. Das Spiel Crystal Palace für zwei bis fünf Mitspieler ab 14 Jahren. In Crystal Palace nehmen die Mitspieler an der ersten Weltausstellung 1851 in London teil. Sie möchten dort spektakuläre Erfindungen präsentieren und wer dies am besten und am geschicktesten macht, hat auch am Ende die meisten Siegpunkte und ist dadurch der Sieger. Crystal Palace ist ein typisches sogenanntes Dice-Placement-Spiel. Das Spiel bedeutet, dass der Hauptmechanismus, Spielmechanismus, also über Würfel vorgenommen wird und dadurch die Aktionen gemacht werden. Crystal Palace für zwei bis fünf Mitspieler ab 14 Jahren. Leider erst Mitte des Jahres konnten wir dieses Spiel bekommen, das Spiel Park, für ein bis fünf Mitspieler ab zehn Jahren. Die Mitspieler durchwandern hier mit zwei Wanderern die Nationalparks der USA und entdecken dabei die Natur und die schönen Orte der Nationalparks. Bei diesem typischen Worker-Placement-Spiel sammeln die Mitspieler Ressourcen, um damit dann siegpunktträchtige Nationalpark-Karten zu bekommen. Auch hier liegt es an den Mitspielern selbst, wenn sie durch gute Planung am Ende die meisten Siegpunkte haben und dadurch Sieger dieses Spiels werden. Das Spiel Park für ein bis fünf Mitspieler ab zehn Jahren. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das in 2020 erschienen ist, das Spiel New York Zoo für ein bis fünf Mitspieler ab zehn Jahren. Die Mitspieler errichten im New York Zoo einen Tierpark, bauen Gehege, setzen dann Tiere in das Gehege rein, bekommen Nachwuchs. Bei diesem Spiel gibt es im Prinzip nur zwei Aktionsmöglichkeiten. Wir nehmen uns die verschiedenen geformten Gehege vom Brettspielrand und setzen sie puzzelartig auf unser Spieltableau. Als zweite Aktion beschaffen wir uns natürlich auch Tiere für unsere Anlagen, setzen sie dementsprechend ein. Und wer dies alles am besten plant, hat am Ende dann auch die meisten Siegpunkte und ist dann Sieger dieses Spiels. Das Spiel New York Zoo für ein bis fünf Mitspieler ab zehn Jahren. Dann noch ein weiteres Spiel aus dem Jahr 2020, das Spiel Pendulum für ein bis fünf Mitspieler ab zwölf Jahre. Bei diesem typischen Worker-Placement-Spiel müssen die Mitspieler, sollen die Mitspieler auf dem Spielplan ihre Arbeiter, ihre Miepelze so gut einsetzen, dass sie entsprechend viele Siegpunkte bekommen. Das Besondere an Pendulum ist der Spielablauf, der nämlich in Echtzeit vorgenommen wird, weil die Zugzeiten in Form von drei verschiedenfarbigen Sanduhren ist, die verschieden lange dauern. Lila drei Minuten, grün zwei Minuten, schwarz 45 Sekunden. Und innerhalb dieser Sanduhrzeit darf dann auch nur die mit den Arbeitern, mit den Miepels gesetzt werden. Das ist das Spiel Pendulum, ein sogenanntes Echtzeitspiel für ein bis fünf Mitspielern ab zwölf Jahren. Das waren die Brettspiele, die wir vom Feuerland Verlag in diesem Jahr in unsere Spielesammlung aufgenommen haben. In dem nächsten Video haben wir dann einen Verlag mit dem Buchstaben H, nämlich den ehemaligen Heidelberger Spieleverlag, der sich jetzt Heidelberg Games nennt. Viel Spaß weiterhin beim Spielen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn euch unser YouTube-Kanal gefällt, dann abonniert ihn und viel Spaß bis dahin.